und damit willkommen zurück zu super mario bros wonder ja weiter geht es wir haben noch ein level vor uns nicht den anschluss verlieren mal gucken ob wir das hinkriegen und an der stadt muss ich schon mal direkt sorry sagen fettes fettes sorry gestern kam mir leider kein part das habe ich zeitlich nicht geschafft und dieser part hier ja der wird leider auch zeitlich sehr knapp aber kriegen wir wohl noch irgendwie hin okay jetzt verstehe ich wir müssen jetzt immer hier wieder neue teile ran bauen damit wir nicht tot sind danke für den elefanten so nehmen wir nehmen wir nehmen wir nehmen wir das dicke junge vom nordsee hässl schock award geschockt oh komm mal ran auf den meter gut hier ist eh zu ende dann würde ich mal sagen geht es hier direkt mal weiter mehr so elefanten etwas oh nö und ich wurde schon wieder getroffen ja das ist alles cool das ist cool den haben wir nicht gekriegt dafür kriegen wir aber den und den okay schade dass wir die nicht gekriegt haben okay die kriegen wir wahrscheinlich auch nicht ist an der stadt ja auch egal hauptsache wir kommen weiter los ich schicke euch mal alle nach oben ach das wird langsam knapp hier langsam geht mir der platz aus und ich werde klein ja töfte schade darf ich raten da war dann wohl egal doch das abzeichen da wäre das ziel gewesen ich wollte auch noch weg gehen ja cool das level ist gar nicht so gleich die haben gelogen so komm hier hoch komm ran da so gut diese gut diese ha ha dafür kriegen wir den aber so die da ran kommen oh göck ich hoffe ich schaffe das ich hoffe ich sterbe nicht aber sterben ist blöd hoch mit euch komm her danke dich dich brauche ich danke geschafft 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 das war das ist knapp geworden also das level hier hat auf jeden Fall schon so ein bisschen Pepp könnte man sagen gut gut dann krieg ich den nicht und die wundersamen auch nicht schade also die eine zumindest nicht aber wir haben ja genug wir haben brauchen pferd zu nehmen das ist unsere zwanzigste ja nicht den anschluss verlieren habe ich geschafft yay so das war das war ein cooles level so 20 und weiter geht's zur Burg da 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 ja gut wie heißt das gutes Schloss Paläst des Wölkchengebirges oh nö das ist schwer oh nö oh kacke mal gucken ob wir das schaffen können das hat vier Sterne das ist schwer ja und ich bin schlecht in dem ich bin schlecht in fast allen Spielen außer South Park und die Sims da kann ich nur nicht schwimmen doch schwimmen bauen kann ich die Sims ich kann nur nicht den äh erstellmodus kann ich nicht gut bei dem bau oh nötle ja dann auch noch cool ja und OBS war kurz eingefroren ich habe rechtzeitig Pause gedrückt geh da hoch Mario danke danke gut ich hoffe OBS das war beim letzten Castle doch auch schon so ich hoffe OBS äh beschließt jetzt dass es eine einmalige Sache war und ich äh nochmal vorkommt weil das wär blöd aber wisst ihr was nicht blöd ist wir haben jetzt Blasen Mario und den finde ich eigentlich ganz töfte warte komm komm her aha der ist tot warte er war doch gerade eben hier ich würde gerne da rankommen warte ich habe da ich habe da ne Idee hallo hallo ah ich weiß jetzt was ich machen muss haha ich bin schlau hey cool Schatten Mario und er ist lang lang wie mein Penis oh Aua ne lange Mario kann auch ganz schön kurz werden oder sterben ähm tja wer schlechte Peniswürze macht der jetzt nicht anders verdient dann machen wir mal weiter Super Mario ey das war jetzt nicht geplant hier an der Stelle mal so gesehen so komm mal ran danke ok er wird klein wenn man sich dockt wenn sonst unser groß gut dann laufe ich mal dann bleibe ich mal hier stehen kein Risiko und so ach joa das Leben ist schön egal ja gut ich habe das Gefühl dass wir unsere Flugmütze hier nicht brauchen also nehme ich mal das direkte großabzeichen äh dann kriege ich auf jeden Fall hier Dings meine Blasenblume ach ja tot und BAM WUSCH ok Blasenblume kann ich schon nicht das ist vom Nachteil ok jetzt kommt hier Feuer das ist ähm ausweichungspflichtig weil Aua und so so der hängt tief da gehen wir dann einmal soo lang so warten bis der vorbeikommt und tot so und durch gehts vorsicht jetzt ok ich bin zu früh gelaufen so den haben wir komm vorbei komm vorbei stopp komm vorbei stopp oh ich dachte ich könnte ihn töten ähm ja ok nächster Versuch ich merke schon es ist schon ein bisschen anspruchsvoller oder ich bin einfach nur nab seien wir mal ehrlich das weitere ist die wahrscheinlichere Antwort auf die Frage ich bin halt wirklich nur nab nab so die Nappigkeit wird wieder bewiesen so bam wusch schatten mario gewünscht so jetzt gehts los Alter, mein Controller hat gesponnen. Seien wir mal ehrlich, das schaffen wir nicht. Das ist übrigens mein letzter Versuch. Wenn nicht, werde ich das einfach regulär weitermachen hier. Ähm, ja. Ich muss doch mal regulär weiternehmen. Ne, ich nehme doch den hier. Gut, wir wollen ja nicht unsere ganze Zeit verschwenden. Und seien wir mal ehrlich, die Samen brauchen wir auch nicht so wirklich. Nur weil er nicht springen wollte. So. So ein Item wäre hier jetzt nochmal ganz nett eigentlich. Das ist schon hier so, ne? Ein Elefant oder? Wat weiß ich. Äh, danke. Oh, nö. So, stirb, 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 stirb. Gut. Nein. Mario, spring da nicht rein. Spring da nicht rein. Ich warne dich. So, da jetzt mal schnell durch hier. Geh, geht doch. Man muss sich nur so ein bisschen konzentrieren. Ja. Ich würde sagen, wir machen heute auch mal wieder ein etwas... Okay, besser als gar nichts. Wir machen noch einen etwas kürzeren Part, ähm... Da ich ja noch Schneidenrändern hochladen muss. So, Bowser Junior, grüß dich. Hey, ihr seid das ja. Seid den ganzen Weg hier hochgeklettert nur, um mit mir zu spielen, ja? Tja, wenn ihr unbedingt spielen wollt, dann spiele ich eben mit euch. Mit Wunderkraft kann ich total heftige Sachen machen. Also, üperste jetzt schon mal eure beste Panikschrei. Euren besten Panikschrei. Ja, zeig dir mal den Podex. Ja. Oh, jetzt kriegt er wahrscheinlich eine Verwandlung. Was ist diesmal sein Repertoire? Ah. Ja. Gut, was macht er jetzt? Ah, Honig oder... Das ist cool. Das ist halt wirklich cool. Und da schwimmt er jetzt auch drin, aber ist tot. Ne, doch nicht. Gut, wieder Eis. So, jetzt wahrscheinlich nur noch einmal auf den Kopf und... Die Sache hat sich erledigt. Oh, ich würde ihn gerne mal auf den Kopf springen. Äh, wäre das irgendwie möglich. Ich hätte aber gerne den Pilz noch eingesammelt. Wollte ich nur kurz erwähnen. Gut. Und... Geschafft... Ja. Bisschen schwieriger, aber... Abgesehen von der Wundersamen-Sache... War die Welt doch ganz schön machbar. Ja. Komm. Königssamen erhalten. Yeah. Gut. Das hätten wir dann auch schon geschafft. Abonniert mich. Mario und der Prinz können aufatmen. Der Königsarm des Wölkchengebirges gehört nun ihnen. Doch der Weg vor ihnen ist sogar noch gefährlicher und ihr Abenteuer wird immer schwieriger. Oh, Entschuldigung. Werden sie meistern, was vor ihnen liegt? Der kluge Einsatz ihrer Abzeichen könnte der Schlüssel sein. Also die, die ich immer benutze. So, jetzt sieht das Schloss auch schon gleich viel schöner aus. Und... Ja. Oh, da wollte ich eigentlich noch dran hin. Lass uns eine Propellerblüte nehmen, um zu den Blüteninseln zurückzukehren. Hier wird ein ziemlich starker Wind. Also halt dich gut fest. Das wollte ich eigentlich erst im nächsten Part machen, aber egal. Dann machen wir halt doch keinen kürzeren Part. Gut. Blüteninsel. Let's go. Oh, jetzt wird der Prinz noch mal aufs Labern. So, komm. Also los, Königsarm. Verbreiten eine der Piranha-Wolken, die Bowser schützen. Vertreiben eine der Piranha-Pflanzen, die Bowser schützen. Da waren's nur noch vier. Toll, es hat funktioniert. Ich denke... Ich danke dir für all deine Hilfe. Am besten machen wir gleich weiter. Aber wo? Ah, ich weiß. Die glühen Felle... Güldenfelle ganz oben am Wasserfall soll ein Königsamen geben. Beginnen wir unsere Reise, indem wir nach Osten zu den Güldenfellen gehen. Ja, aber das machen wir auch erst im nächsten Part. Also, bleib gespannt. Bis dahin. Haut rein. Und... Ciao. Ciao.